hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen bei shenwedge tv und zurück zur aktion freunde aus der ferne heute besuchen uns bestimmt leute aus mondstadt denn das gebiet fehlt noch wir schauen mal wer es ist aber wahrscheinlich darf ich erst mal wieder die geilste mechanik aus dem spiel benutzen worteln worteln wort das ist natürlich auch noch den ganzen tag worteln schnell seinen blauen tanz bei nacht ist er blau tagsüber ist er rot ist das nicht schön sprich mit dem lächelnden ich komme um die mit dir zu reden um how time flies my burns are almost healed now so i should be ready to take back the kitchen tomorrow you've really gone above and beyond these past few days last day today here's hoping we get through it without incident uh why does paimon feel like you just jinxed us again we made it all the way to the evening it ended up being a pretty smooth day after all maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing we've come a long way since our first day on the job haven't we hmm back then we were struggling to remember who ordered what but everything's a piece of cake now yeah but who would come by this late in the evening uh actually now that paimon thinks of it lenny and his siblings came around about this time the first day didn't they we just finished an escort mission for a merchant caravan the original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards stone gate but captain eula brought up the fact that none of us have eaten liyo a cuisine for quite some time we thought we might as well swing by the inn and see if we can still order something ooh so this is yula's treat huh we've been eating the same rations for the entire trip so i simply thought it was high time we had ourselves a proper meal do you have a problem with that good question what should we get hmm wait a sec why are you taking our order the traveler's been filling in for the chef here you came at just the right time you'll be the last customers to enjoy her cooking before the original chef takes back the reins wow really good thing yula suggested we come here i wouldn't want to miss this so what shall we get hmm i'm not as familiar with leeway cuisine as i used to be mika yula what are you in the mood for anything goes i'm just looking forward to trying the honorary knights cooking for myself i'm sure it'll be a great learning opportunity for me hmm something small i suppose we have to hit the road again after we eat beyond that anything goes wasn't it your idea to come here though this is like getting blood from a stone all right guess it's up to you amber you name it we'll cook it huh then i guess i don't really mind either anything goes hmmm gibt's ein geruch das anything goes heißt vielleicht nehmen wir das anything goes huh oh dear this is a chef's worst nightmare with no idea of your customers palates you're left to make a wild guess still now that you've worked in the kitchen for so many days i have faith that you'll be able to figure it out go on show them what you've got lasst mich mal nachdenken was mögen sie wonach könnte es sie verlangen breite einfach irgendwas zu ok lass uns was kochen ich hab toaster einfach irgendwas tatsächlich das gericht heißt so ein aus schinken vogeleiern und anderen zutaten zubereitetes simples gericht mit rauchigem aroma das mit reis gebraten wird angeblich gilt gebraten reis in lieber als küche oft als erste weil wenn man nicht weiß was man essen soll wenn man die freie wahl aus einer vielzahl von zutaten hat noch zu erwähnen bleibt dass dieses vermeintlich einfache gericht hervorragend die allgemeinen fähigkeiten des kochst auf die probe stellen kann denn es heißt dass nur ein küchenchef mit der richtigen mischung aus können und herz den geschmack von zu hause vermitteln kann schnitt krass geschnitten halte gedrückt und lasse im richtigen moment los bin ich doch gleich abgerutscht fertig gemixte eier so lasst mich raten er kippt es um wie immer auf die taste und verliert automatisch ein leben cool geblatten leis das hatte ich noch nicht und das hatte ich noch nicht als scheiße aussieht aber egal gelben teller ja komm der passt dazu geblatten leis da habe ich jetzt auch bock drauf geblatten leis das ist Es ist nicht das feinste Gericht der Welt, aber es ist das, was ihr gerade nötig habt. Ihr seid schon lange unterwegs und habt die ganze Zeit nur Feltration gegessen. Ja, es ist fast wie wir wieder in Good Hunter wiederkommen. Uh, aber Good Hunters in Mondstadt, warum machen Sie einen Punkt zu versuchen, wenn Sie nicht die Unterschiede sind? Oh, ich spreche nicht über die Taste. Ich spreche nur das Gefühl von... Comfort, you know? Es ist wie das Gefühl von... Coming Home. Comfort? Coming Home? Well, Yanshau sagte, wir wollen unsere Gäste fühlen richtig zu Hause. Was ein leckeres Gericht lecker macht, ist sehr subjektiv. Jeder hat seine Vorlieben. Aber es liegt am Koch, sich in die Position eines jeden Gastes zu versetzen und herauszufinden, was er möchte. Und das ist die Leidenschaft eines Kochs, der seinen Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. So in other words, the secret ingredient is passion? So weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Zuhause auf Reisen. Die Rations, die wir brachten, wurden adaptiert für meine Signature Moon Pies. Um zu kommen mit etwas sogar noch vieler. Ich habe es zu dir. Du hast einen tollen Job gemacht. Aber trotzdem, bitte drohe und probiere ein paar Stormcrest Pies nächsten Mal, wenn du in der Stadt bist. Ich sage. Oh, sorry. I zoned out just now. Didn't see you coming. Yeah, that food you cooked for us just now? It reminded me of the meals my grandfather used to make for me. I thought I'd forgotten how they tasted, but it all came rushing back. He used to make Liyue dishes all the time. I'd do my Outrider training with him until the evening, then wait patiently at the dinner table. I'd sit there with the smell of delicious food wafting in from the kitchen, waiting for him to finally emerge with the goods. Sometimes we'd have Yula around for dinner, and even though she'd always find something to complain about, I could tell she really enjoyed the food. Your words, not mine. Don't ask her about it. She'll only give you another earful. Or Höflichkeit. Naja, lächelnder Yang Chao. Was geht ab? I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Ich freue mich darauf, deine Kücheln zu kopieren, zu probieren. Haha, any time. Bring some friends with you next time and I'll show you all what Smiley Yen Chao can do when working with both hands intact. Great! Although, just to be on the safe side, cook carefully in the meantime. You may have just jinxed it again. Ach, wie schön. Zuhause auf Reisen. Und 45 Uhr hier, Stein. Da gucken wir doch mal, was zuhause auf Reisen so kann. So, warum war's denn, warum war's denn, warum war's denn, müsste ein großer Berg sein. Ich hab's verpasst da. Verteidigungs-Essen, okay. Hm. Hier sind die vier. Hm. Das ist ganz nett. Geiß. Also, das kann ich nur empfehlen. Genießt das Leben. Das ist ein gutes, gutes Heal-Futter. Na gut. Okay. Dann gehe ich, denke ich, recht in der Annahme, dass wir jetzt unsere 420 Uhr-Gestein, XD, hier eingesammelt haben von der ganzen Aktion. Weil man kriegt 45 pro Quest und nochmal 60 hier als Belohnung. Und das ist für so'n kleines Event okay. Hey. Man muss sich ja nur ein bisschen was anhören und ein bisschen schnibbeln. Das ist auf jeden Fall... Man sollte sie auf jeden Fall nicht, äh... Äh, verfallen lassen. So. Zwischen Berg und Tal Shenjus. Da hab ich aber schon alles fertig. Schade. So. Dementsprechend, meine lieben Freunde, hoffe ich, ihr gönnt euch diese Urgesteine. Und des Weiteren, hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschosen! Tschosen! Wenn ich mich auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg, oder nach den Sticks, ich bekomme die Goods von A-B. Ich werde sie sogar über den Weg, wenn es notwendig ist. Also, keine Angst, ihr seid in die Sicherheit. Sie nennen mich die Gold Standard Guard für nichts. Das war's für heute.